Lieber Rob Alphanostrum, ich fühle mich geehrt, dass du mir zutraust, wirklich jede Frage beantworten zu können, aber in diesem Fall muss ich dich leider enttäuschen, denn meine Themen sind die flache Erde und der Mondlandungsschwindel, aber nicht die allgemeine Relativitätstheorie. Je mehr man sich mit Einsteins Theorien beschäftigt, desto verrückter werden die Konsequenzen daraus, aber dennoch sind all diese Phänomene, die für den gesunden Menschenverstand komplett unlogisch sind, in zahlreichen Experimenten bewiesen worden. Da ich allerdings nichts darüber weiß, wie sich die Lichtgeschwindigkeit in einem gekrömmten Raum verhält, kann ich dir deine Fragen leider nicht beantworten. Wir haben deine Fragen gestern übrigens recht intensiv auf dem Discord-Server von SkepticPunk diskutiert und kamen dort auch durchaus zu plausiblen Antworten und jeder ist herzlich eingeladen, uns auf Discord zu besuchen und dort unsere Überlegungen nachzulesen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.